Und wieder zurück, Gefecht Nummer 4 in der Artie Party. Wir sind auf White Park. Wie wäre es lieber, ich könnte mich hinter die Häuser stellen. Aber es ist ja nun leider nicht so. Ich weiß nicht, ob wir schützen hier irgendeine Art von... Na, der baumt mir hier irgendwann jetzt eh nicht mehr. Trottel. Ja, okay. Wir haben noch eine halbe Minute. Mittlerweile dürfen noch alle hier sein. Ich weiß nicht, wer da schon geschossen hat, aber irgendeiner hat da schon geschossen. Da schießt schon wieder einer. Das finde ich nicht so lustig. Na, Wargamer sagt auch, hallo, hallo. Passt mal ein bisschen auf hier, ne. So, wir kommen da locker hin. Schießen dürfen wir jetzt auch. Getroffen haben wir noch nichts. Zumindest nicht gekühlt. Aber wir haben ja noch knapp 10 Sekunden Nachleitungseite. Könnte ja eigentlich mal mitten auf die Fahne knallen. Tun wir auch jetzt mal. Vielleicht haben wir ja Glück und da steht zufällig einer. Ja, das war mal ein Satz mit. Da so an dem Auto vielleicht. Probieren wir mal. Beim Gegner hat es gerade einen zerrissen. Yippie, jay, jay, Schweineböcke. Bei uns hat es auch gerade einen zerrissen. Nämlich mich. Ah, da hat mir ein MPN 50, 180 Schaden eingeschenkt. Das finde ich ja toll. Was ist denn nun los hier? Nimmt ihr ja irgendwelche Drogen? Was soll denn die Scheiße? Ey, dass es immer wieder Leute gibt, die das absolut nicht begreifen, worum es sich hier geht. Also das sei jetzt ein absolutes Armutszeugnis. Was ist denn der für eine Scheiße da? Es kann nicht sein, sowas, oder? Also tut mir leid, solche Leute, müsste man von Anfang an grundsätzlich jetzt für jedes Event sperren. Weil das ist einfach nicht fair. Das ist schon traurig genug, dass er auch noch in einem Clan fährt. Ja, nee, ist klar. Autopilot. Auf der Entfernung und Autopiloten. Also. Kann er mir erzählen, was er will. Ach ja, jetzt regt die Gegenseite sich wieder auf. Aber gespottet haben wir ja wirklich keinen. Ich hoffe, dass er halt für diese Runde diskodifiziert und gut ist. Ich meine, ich habe die Aufnahme ja hier, aber da kann man sehen, dass nichts gescoutet worden ist. Er ist halt in dem Fall einfach nur platt. Er wird nicht gerecht. Er ist halt in dem Fall einfach nur platt. Ich kann es nicht mehr rausnehmen. Ich kann es nicht mehr rausnehmen aus der Wertung. Nichtsdestotrotz werden wir wahrscheinlich diese Runde eh gewinnen. Es geht dann ins letzte und entscheidende fünfte Spiel. Aber irgendeiner muss ja immer rumheulen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also, ob das nun in Starkdrift früher gewesen ist oder in Warcraft. Das ist ja alles ein bisschen eSport mäßig. Und wenn man heute bei Starkdrift 2 schaut und dann auch noch gleichzeitig hier bei Wargaming in die Spiele reinguckt, ist das auch nichts anderes. Da ist also immer irgendjemand dabei, der die Regeln nicht versteht oder nicht verstehen will. Und dann irgendeinen Scheiß macht oder rumbockt, rumheult. Also durch sowas sollte man sich absolut nicht den Spaß verderben lassen. So, wir haben jetzt noch 4 Minuten und 20 Sekunden gleich. 10 zu 5 steht es. Natürlich wird von uns auf der Seite jetzt ruhiger, da nur noch 4 feindliche Erdsellerien auf unsere Position schießen. Na hier vorne, die rechten AMX-13, die machen das schon wieder richtig. Die schießen und verändern die Position. Die Linke hat es gerade auch gemacht. Da stehen sogar 2 noch. Die Wespe, die wir hier begleiten, die hat schon ordentlich einen hinten rein gekriegt. Da vorne steht ein Hummel mit nur noch 24 Strukturpunkten. Und dann hat die Wespe hier eine blöde Position gerade gehabt. Da schaltet die Kamera immer um. Ja, was haben wir jetzt noch? 3,5 Minuten knapp. Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass das Ding für uns diesmal ist. Mal sehen, was Wargamer gleich noch zu dem Thema sagt, dass der eine da rausgefahren ist. Wobei, könnt ihr vielleicht recht gehabt haben, dass er da rausgefahren ist mit Autopilot. Aber obwohl, nee, Kinder, das merkt man doch, wenn man fährt. Man verändert doch in der Zieleinrichtung komplett alles. Naja, ich weiß nicht. Lassen wir es einfach mal so im Raum stehen. So, 2 Minuten 45. 10 zu 5 immer noch. Aber momentan tut sich nicht viel. Schade, dass wir auf der gegnerischen Seite nicht mal eben so rüber gucken können. Für den absoluten Spielverlauf oder für den momentanen Spielverlauf hat das ja absolut keine Auswirkung. Ich habe ja keinen anderen irgendwie im TS mit drin, dem ich sagen könnte, ah, pass mal auf, schieß mal da und da hin. Das müsste da so ein wunderschönen Spectator-Mode das geben, dass man das noch nicht kennt. So, mach sie krank genauso, das ist in Deutsch. Wahrscheinlich ist das absichtlich so gewesen. Oh ja, Alter, voll krass, ihr macht sich krank genauso, ne? Kommt sie mit meinem Bruder, oder was? Auf der Kirchturm hat gerade zwölf geschlagen. Wir haben noch anderthalb Minuten. Mittlerweile steht es zwölf zu können. Unsere Hummel lebt auch noch mit ihren 24 Pünktchen. Mit ihren 24 Pünktchen. Er hat aber immer noch so ein bisschen rumgeweint im Chat, nachdem jetzt die letzte Minute läuft. Klar war das nicht nett, dass der da rausgefahren ist und hat dann den Anschein erwecken können, der würde doch versuchen, irgendwas aufzudecken. Jetzt gibt es ja schon Tipps, der ist hinten im linken Eck. Bin ich mal gespannt, ob unsere Jünger jetzt nochmal draufknallen und den tatsächlich erwischen. Es ist tatsächlich so gekommen. Wir haben den letzten weggeballert. Damit wird es ein entscheidendes fünftes Match geben. Oh, sagt mir nicht, wir haben tatsächlich was getroffen. Mal eben zurückgehen nochmal. Doch, haben wir. Wir haben tatsächlich Schaden gemacht mit unserer Ratty. Ja, bis gleich.